Willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone Hero of Warcraft und heute wieder mit unserem Eismann, hallo Eismann. Ja hallo Virus. Ja, wir haben schon länger nicht mal gespielt, miteinander. Ja, schon ein bisschen her. Da ist echt schwierig zu sagen, was du jetzt für Karten hast inzwischen. Wir spielen noch kurz vor dem neuen Patch, das heißt wir haben noch keine Goblin und Gnome Karten. Die kommen erst noch. Ja, aber ich habe einmal vor ihr Zugang in Arena, ich habe schon mal getestet. 3 Siege in Folge. Okay. Dann 3 Niederlage. Ja. Ja, solche Sachen musst du meistens am, ich sag jetzt mal eher am Nachmittag spielen. Ja, habe ich am Nachmittag gemacht, ja. Okay. Aber abends hast du meistens immer schlechtere Cards mit so Sachen. Ähm. Gut. Dann wir sagen, starten wir eben. Hast du schon ausgewählt wahrscheinlich, ja? Ich habe ausgewählt, ja. Ich warte auf dich. Ja. Wie mal. Ich kann es gar nicht nehmen, ich kann es vor auf die Fresse kriegen. Ich könnte auch... Ach komm. So. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich auch nicht. So lange her wieder. Echt schon lange miteinander gespielt. Ja. Richtig. Oder gegeneinander. Och ne. Ich weiß, dass das dein Monolog-Deck ist. Ja, du hast das perfekte Deck dafür. Ich? Ja. Du musst aber nur auf die richtige Körper dafür hören. Es ist ganz sehr schwer. Diekgürielter hat es wirklich nicht so richtig gemacht. Kommt drauf an. Das wird sich noch zeigen. Das war jetzt nicht so cool. Hat der falsche Troffe. Ich hab gedacht, dass wir was anderes vorgehabt. Ich wollte gerade sagen, du glaubst ja nicht, dass es das ist. Das ist ein Würmitz überlebt. Ja. Ja, das ist nicht. Oh, Geheimnisse. Ich liebe so Geheimnisse. Ich weiß. Jetzt test es mal aus. Okay. Doch, reagiert. Eine Kopie? Na gut. Hau schon mehr sowieso Klee weg. Ja, ich muss. Ich muss. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Das pusht ganz der falsche. Der andere ist am, 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 ja. Seidennagel nach dem Leben, blöd gesagt. Und ne, der ist ja fies jetzt. Ausgerechnet. Ausgerechnet den. Ja, ich muss ja schon den pushen. Okay, dann pushe ich ihn halt so. Ja, da war mir schon klar. Was soll ich machen? Irgendwann muss ich... Böse er tot. Oh, das reicht gar nicht. Okay. Ja, ja. Unglaublich. Ja, ich hatte mich am Anfang... Die geilsten Karten, alles kleine. Ich nett, die haben nur schönes Karten gehabt. Die gleich spielbar waren. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe einen blöden Monog zugegeben. Ach nee, jetzt noch ein Paladin. Oh, das ist neu. Hast du es noch gesehen? Oh, neue Stick. Eine neue Karte, ja? Nee, das neue Layout. Doch Karte, mein Stück. Neue Spielfeld. Ja, das meine ich. Karte, ja. Spielkarte, äh, Karten... Kartenbrett, ja. Ja, das ist was ich meine eigentlich. Oh, jetzt kann die Razer-Kanonen auf sich fallen. Ja, ich habe schon mal. Das ist geil. Kannst du das so viel wie ich? Ja. Kann ich was aufwürfen? Das war's. Weißt du? Nur die Bombe. Geht aber gar nicht drauf, oder? Nee, nee, das nicht. Oh, du machst es mir echt, äh, Kopf zerbrechen, ne? Und denn? Die Karte ist nämlich böse. Weil du hast dich schon so oft nachher irgendwie dann auf Angriff gedrillt und mich niedergemacht damit. Ich? Mhm. Ja, du. Ja, du. Sag's. Ich hab' da wieder viel zu viel Karte auf dem Deck echt. Ja, wir sind alle schwache, zurzeit. Ist ja fies, jetzt kriegst du die Karte. Ja. Ich spüre meinen Stahlschwein. Ich spüre meinen Stahlschwein. Ich spüre meinen Stahlschwein. Glaublich. Ich spüre meinen Stahlschwein. Ich spüre meinen Stahlschwein. Ich spüre meinen Stahlschwein. Ich spüre meinen Stahlschwein. Aber, die Untekampf haben zwei Monster von mir. Boah. So, sonst hast du ja nicht Probleme, oder? Du hast eh wieder gekannt, ob denn, wo du den Alice-Mane tradizieren kannst. Ich spüre meinen Stahlschwein. Wie ist der Name? Wie ist der Name? Das ist der Name. super super ja genau so nicht mit 11 aber das ist ja Wahnsinn ja super ich bin technisch voll nix ja klar wieso nicht mit 30 angreifen oder so ja Das war jetzt böse, das war jetzt böse. Wesentlich, wesentlich, das habe ich noch geschafft. Ach du, kein... Keins Böse. Für Gleis machst du mir eine Dodo, will ich? Scheiße, Glück gehabt. Komm nicht durch. Glück gehabt. Let's give him one card. Boah. Ein nach der letzten Runde muss ja auch... Ja, aber du hast eigentlich viel zu lange jetzt gebraucht. Muss ich dir zugeben, mit einem einzigen Monster die ganze Zeit. Ja, aber ich habe ja nichts gehabt, was soll ich machen? Ich habe nur wieder Schwierigkeiten gehabt. Das war ja mein Problem. Ja, und ich komme den Monster nicht vorbei. Ja. Weil, ich hätte die Fallerkarte am Anfang haben müssen, auf eins setzen. Hätte ich ein bisschen unterbremsen können, um sowas zu tun. Ohne Chance. Ich habe damit gerechnet, als er weiß, kommt aber... Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Haha, drei Fall's. Ja, super. Ich hätte es tatsächlich weg haben sollen, wie ich es gekonnt hätte. Das war's. Ja, super. Ich hätte es tatsächlich weg haben sollen, wie ich es gekonnt hätte. Das war's. Ich hätte es sogar nachher. Nein. Ja... Nein. 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 Ja, sowas habe ich befürchtet, vielleicht mit ihm noch was vor. Ja, anders ging es gar nicht, ich musste das loswerden. Mal als pushe ich mit der Karte über mich selber, aber jetzt habe ich gedacht, nee, wir müssen uns selber schaden. Naja, da ist aber mein Blaine trotzdem ganz schön durcheinander gebraucht. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Scheiße. Mach ich jetzt. Ja. Wollte bestimmt was blöd sein. So was zum Beispiel. Okay. Muss aber sich abchecken, was du da hast. Oh, das ist fies wieder. Da ist eine böse Schlange noch und... Ja, das war auch Sinn und Zweck der Übung. Aha. Das war's. Ja, super. Ach, das noch. Ich kann dir den leider nicht lassen, es tut mir leid. Und du bist viel zu böse ich habe, als dass ich die Übung... ...aarum nur eine Runde durchlassen könnte. Ich kann's ja auch ohne... ...der anderen spielen. Ich lass die Runde... ...send. Ich kann's ja auch ohne... ...der anderen spielen. Ich hab' nichts Schlaues mehr auf der Hand. Ich hab' nichts Schlaues mehr auf der Hand. Ich hab' nichts Schlaues mehr auf der Hand. Du bist eh tot. Ja. Was hält die Zukunft bereit? Das war's! Oh ja, wer? Gibt's da auch? Ja, du kannst mit allem angreifen, bloß Bogen, ich bin tot. Ich hätte mein König noch mal auf der Hand gehabt. Jo, siehst du, brauchst ja nichts. Äh, man sieht immer wieder auf, wenn ich meine Bänder.